hallo und herzlich willkommen liebe freunde bei mir ist die tablette mit einem rockbock und dem thomas wir spielen rainbow six tja wo macht man hierzu am besten alles schwierig war ich würde sagen hier dafür haben wir gar nicht genug wände oder also hier mache ich ein fenster an würde ich sagen oder ja oh ja oh ja hier hat man sehr gut sehr guten ausblick gute idee tja und da drüben haben wir pech ehrlich gesagt ja warte mal ich hab voll den krassen plan auch scheiße sie sind schon auch mama ich muss schnell rein wo denn ich weiß nicht wo der stadt da hinten auf anderem haus krass einer hängt am Fenster und einer steht auf dem anderen Dach er schmiert sich gerade Jackal auch jetzt verrecken ach schade ich hätte das echt überlebt der Plan hat funktioniert kannst du mich nicht dritten durch die Wand ok der ist auf alle Fälle aus dem Flur Achtung er guckt jetzt gleich Twitch Drohne kommt jetzt rein genau bei der Tür bei dir Thomas warte und sie guckt sie guckt sie guckt sie bleibt noch draußen da ist jetzt Jackal und noch jemand ich glaube Ash ich bin nicht sicher pass auf rechts ist Jackal auf alle Fälle der könnte dich wegnetzen kannst du vielleicht dich hin hocken oder also hier hinlegen oder sowas und dann nach rechts da ist die Twitch Drohne hast du sehen unten negativ unten war die Twitch Drohne von wo? von dir? von der Tür wer mich gerade erschossen hat Ash die hat kurz rein gelookt dich erschossen und ist wieder aus und die Twitch Drohne hat dich gekillt hahaha das war die Rache für den Twitch Kill ja ich glaube auch Samtags wird der Bitbitmacher wahrscheinlich ok alle geil geiler einer ist AFK draußen ne Twitch ist ah ne Twitch ist in der Drohne ok nicht gut ok Twitch ist jetzt auch unterwegs ja das sind noch drei Leute geil die mit ihrem Laserpointer immer ja 5 4 3 2 1 2 2 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 Hibana oder sowas oh Termite perfekt alles gut ja alles gut ich schreib mal Benny kurz ja 5 5 4 5 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 6 6 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 12 12 13 13 14 16 14 15 14 15 20 15 15 15 15 ähm äh einen Balkon finden oder sowas okay da die Tür wäre nicht schlecht wenn wir die nehmen können warte welche Tür weil dann würden wir wahrscheinlich schon direkt bei der Brumme ach da wo bist du denn ich stehe hier drüben gegenüber von dir wie kommen wir denn da hin hast du einen ja bist ein Killer Vorsicht noch einer Vorsicht noch einer alles gut aber wie haben die mich gesehen das kann sein ja die haben da jetzt reinforced ja wie kommen wir da hin warte mal was ist denn hiermit warte mal hier ist eine Tür lass uns hier reingehen bereit geh weg hinter mir hinter mir hinter mir oder so warte noch nicht soll ich die Tür aufschießen ja das ist eine gute Idee okay ich bin am Start ich bin zu schnell gewesen ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ja c4 ja c4 ja c4 ja c4 du Arsch nein verdammt kack Mann so blöd kann man sich doch noch nicht einstellen ja ich bin gar nicht hinterher gekommen das war mein Problem alles gut meine Schuld ich bin zu schnell gewesen die Tür war zu groß da hat er einfach zack oh oh gleich gleich ne ich dachte du klebst mir am Hintern weißt du deswegen deswegen hab ich gedacht ich war so ein bisschen damit überfordert dass auf einmal neben mir IQ geschrien hat aber die ist gestorben achso ne es gibt es noch nicht wie lol krass oder guckst du Kapitao zu ne ne dem wasser da ist noch richtig gut abgegangen wasser ach ja lol HAHAHh die brauchen den Defuser gar nicht HAHHA GERCHE 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 기LE Sache die haben sie auseinander genommen die sucht ihre organe GLABBUJ Nehmen wir nochmal Mira Denn wir wollen euch ja noch ein bisschen die neuen Operator zeigen Auch wenn wir beim Angreifen meistens Montagne nehmen, weil es liegt einfach daran, dass es jetzt gerade Bombe ist Okay, sie nehmen aber immer Twitch Sie nehmen immer Twitch Ja, ist wahrscheinlich genauso verrückt dabei wie ich Oder wie wir beide Ich muss halt nur die Ja Okay, der Raum ist gar nicht so schlecht Ja, ich sehe schon Damit können wir eigentlich ganz gut arbeiten Bei mir müsstest du einen Jammer legen an der Tür Und da ist auch schon die erste Drohne drin Zweite habe ich gekillt Wo bist du? Hier Da, der Jammer? Ja, neben der Tür Genau Perfekt Da kommt nämlich die Twitch-Rohne nicht so schnell ran Weißt du? Ja So, jetzt packen wir hier noch ein Fenster rein Der Jammer ist schon weg Der Jammer ist schon weg Der Jammer ist schon weg Der ist schon weg Ich brauche noch einen Pulli Warte Oh Gott, wir sind bei mir Wow Was für eine geile Glö... Das ist ein geiles Ding hier Ich habe noch zwei Noch zwei Wände Ich sichere die Tür Was mache ich mit mir in zwei Wänden? Oh oh Wo sind sie denn? Irgendwas ist aufgegangen Über uns Über uns sind die Über uns, pass auf, über uns Über dir vor allem Ist offen Wow Okay Und da drüben ist Offen Pass auf Das ist offen Gott Ja, ja, habe ich auch schon gesehen Oh, die machen da alles auf um Ich glaube, die sehen mich jetzt, oder? Ich kann hier bloß nicht weg Weil dann werde ich vom Fenster abgeknallt Ich wusste es Der muss weg, der muss weg, der muss weg Das ist von dem offenen Fenster Was jetzt drin ist Du bist lustig Da draußen stehen sie auch schon Okay, ich mache jetzt einmal Ex Er ist drin Er ist drin Der Entschärfer platziert Oh krass Das glaubt ja kein Mensch Echt, ey Echt, die sind echt gut Das muss man echt mal sagen Die sind nicht verkehrt, die Typen Der Entschärfer ist ja da, ne? Naja, der ist schon Der ist schon online, der Der Entschärfer Nein Oh fuck Das ist keiner weiß wo Das glaub ich noch nicht Biggest dislike Oh okay, hier kannst du bestellen Hier kannst du bestellen Ich bin ja gleich schon wieder hunger So, wir versuchen es nochmal Kommt Thomas Wir müssen an unsere alten Erfolge anknüpfen Äh, dann nehme ich aber auch wieder Ach nee, halt Eigentlich Chibana Achso, Tütti, okay Ich kann auch Chibana nehmen Ne, die hat jetzt schon Sehe ich gerade ein anderer Wir müssen nur aufpassen Dass du hinter mir bleibst Und dass ich nicht so schnell bin Richtig? Ja Vor allem bei den großen Türen Okay Ich will dich nicht direkt in die Tür stellen Ja, ja, ja Wir müssen eine Bombe aufschieben Ich versuche es Ich gebe mir Oh, hier ist Hier ist wieder Mocke Hm? Aus meiner Perspektive schaut das immer so aus Als würde ich da in Sicherheit sein Ja Aber du kannst nicht mit mir Ist nicht so Okay, in der Küche, wo wir waren Sind sie nicht Oben, würde ich sagen Sind sie Ah, ich bin hinter dir Nein Sind sie oben? Ja Gleich meine schöne Drohne wegmachen 10 Sekunden bis Einsatz Ah, hier ist ein Gemma Schade Ich habe nicht den Entschärfer ehrlich gesagt Okay Können wir den Entschärfer nehmen, bitte? Danke Okay Auf geht's Okay Immer dem Russen entehrer Und die Kamera nicht vergessen Melde vergessen Melde vergessen Der ist da oben schon drin Ja, der macht schon Action Das ist mutig, was wir da tun Aber okay Ja So, bin aufgebaut Große, große, große Ich bin noch nicht drin Ja, ja, bleib draußen, bleib draußen Ich komme rein Jetzt bin ich drin Okay Okay, wir gehen links lang mit den anderen Ich sichere kurz nach hinten Ja, sehr gut Ich sichere das zweite Loch Scheiße Ich gehe neu in Deckung Okay Ich bin drin Nein, identifiziere vorsichtig Hinter der Wand, glaube ich Ist ja So Okay, ich habe Ich habe es Okay Smoke hat keine Dings mehr Ich habe frei Noch nicht hinterher kommen Nein Was jetzt? Genau So Oh Mann Ich dachte, du bist hinter mir Nein Nein, ach nein Ich hatte mit Smoke zu tun Ich Du warst vorbei Und Smoke hat das Feuer Auf mich eröffnet Das war Alles gut Jetzt bin ich tot Schade Läuft nicht Ne, läuft nicht Leider nicht Benny brauchen wir Ja, wir brauchen Benny Mach die Musik an und erfreulich War das die Blue Bar? Das war die Blue All-Star Bar, genau Was wird denn das jetzt? Ah Boah, Spreuung Eigener Druck neutralisiert Okay Das hat er wohl gehört Ja Ah Da war eine Kamera Und der andere hat auch schon gewartet Oh mein Gott Bitter Tja, liebe Freunde Wir haben extremly verloren Aber extrem Aber gut Shit happens See you later, alligator Tja, tja Tja, tja Tja, tja Tja, tja